Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Echo Show 8 einrichten und somit natürlich mit Amazon Alexa auch richtig installieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal den Echo Show 8 Display der zweiten Generation und möchte das Ganze jetzt einfach mal Schritt für Schritt in Betrieb nehmen. Natürlich funktioniert es bei anderen Generationen relativ ähnlich und zuerst einmal sollten wir alles aber ordentlich auspacken, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach gebe ich den mitgelieferten Netzstecker einfach mal in eine Steckdose hinein und kann das Ganze auch schon hier hinten einfach hineinstecken und dann sollte normalerweise der Bildschirm auch schon von alleine starten. Nach circa einer Minute können wir auch schon weitermachen und ich wähle bei der Sprache natürlich Deutsch aus. Im nächsten Schritt können wir auch schon die Verbindung mit dem WLAN herstellen, in meinem Fall ist das hier oben Luigis Hood. Und sobald ich mein Passwort richtig eingegeben habe, kann ich hier unten schon auf Fertig gehen und natürlich auf Verbinden klicken. Das Gerät haben wir normalerweise auf Amazon gekauft, weswegen ich auch hier mal mein Amazon Konto ganz einfach eingeben kann. Natürlich danach auch noch das Passwort. Und wenn auch das passt, klicke ich mal wieder auf Fertig und anmelden. Im nächsten Schritt muss ich das Gerät noch verifizieren. Das geht entweder am Smartphone oder am Laptop. Da gehe ich einfach mal auf die Webseite www.amazon.com-code und wenn ich jetzt den Code hier unten eingebe, dann sollte die Einrichtung auch schon von alleine hier weitergehen. Wir sehen, die Verifizierung hat auf jeden Fall geklappt, weswegen ich hier unten mal auf Weiter klicke. Die Zeitzone noch bestätige, das sollte ja normalerweise auch passen, weswegen ich wieder auf Weiter gehe. Und wir sollten mal noch unsere richtige Adresse angeben, dass das Gerät zum Beispiel auch auf die richtigen Wetterdaten zugreifen kann. Bei mir ist die Versandadresse automatisch schon ausgewählt. Das passt, weswegen ich wieder auf Weiter klicke. Den richtigen Standort von unserem Gerät auswählen könnte. Das macht aber normalerweise nur Sinn, wenn man wirklich mehrere Geräte hat und nicht den Überblick verlieren möchte, weswegen ich hier unten einfach mal auf Überspringen klicke. Einen Gerätename auswähle, indem ich einfach mal hier unten raufklicke. Danach auch hier unten wieder auf Fertig gehe, Fortsetzen klicke. Und wir können auch schon unsere Hintergrundbilder auswählen, die hier einfach regelmäßig laufen sollen. Das geht normalerweise am leichtesten mit Amazon Fotos, aber in meinem Fall wähle ich jetzt einfach mal hier unten Natur aus. Das kann man auch jederzeit noch ändern, weswegen ich dann hier unten schon auf Weiter gehe. Im nächsten Schritt werden wir darüber informiert, dass Alexa auch etwas von unseren Audiodateien zum Beispiel speichert. Das sollte man auf jeden Fall mal ordentlich durchlesen und wenn es passt, hier unten auf Fortsetzen klicken. Und wie es immer so schön ist, jetzt erst einmal circa 10 Minuten lang Updates installieren. Die Updates sind fertig. Das Gerät hat sich einige Male neu gestartet und jetzt werden wir einfach gefragt, ob die Kamera hier oben benutzt werden darf, um zum Beispiel am Handy jederzeit zu überprüfen, was daheim los ist. Ich möchte das schon haben, weswegen ich hier unten auf Aktivieren klicke und wir erhalten die Bestätigung, dass ich in der Alexa-App jetzt jederzeit auf die Kamera hier oben zugreifen kann, weswegen ich auf Abschließen gehe. Werbung darf natürlich auch nicht fehlen, weswegen ich auf Nein, Danke klicke. Auch das möchte ich nicht haben, weswegen hier unten ganz klein Nein, Danke ist. Hallo, ich bin Alexa. Hier sind erst einmal vier Dinge zum Ausprobieren. Und wir können das Gerät auch schon testen. Alexa, wie ist das Wetter? In Teublitz beträgt die Temperatur momentan 7 Grad Celsius bei teilweise sonnigem Himmel. Das klingt doch super, weswegen wir mit der Einrichtung auch schon fertig sind. Und ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir unbedingt noch die Amazon Alexa-App holen solltest, denn damit haben wir natürlich auch den Zugriff auf unsere Kamera und können noch deutlich mehr Einstellungen vornehmen. Wenn du dir übrigens ein Echo Show in den verschiedenen Generationen zulegen möchtest oder natürlich auch so einen passenden Ständer hierfür, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.